So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Pokémon GO. Es ist halt einfach wie immer, es ist Mittwoch, du denkst, es sind 5000 Events noch am Laufen und angekündigt und es ist halt Oktober und November Event, Kalender und alles draußen, aber diesen Mittwoch wird sicherlich nichts kommen. Du kannst bestimmt 22 Uhr in Ruhe Wrestling gucken, jetzt 23 Uhr sehe ich in allen Gruppen schon wieder, verdammt. Und kurz nach 10, kurz nach 22 Uhr wurde das nächste Event bekannt gegeben, das Lichtfestival, was erst irgendwann im November dann mal so mittendrin erscheint, aber ich habe so viel Zeugs, was ich raushauen will. Es bringt nichts, das aufzuheben und kurz davor zu machen, wer weiß, was dann wieder für 5000 Sachen angekündigt sind. So, jetzt verpasse ich gerade Logan Paul und Dominic Mysterio, was die labern. Dann möchte ich euch nämlich vom Lichtfestival erzählen. Blip gibt beim Lichtfestival sein strahlendes Debüt. Blip ist jetzt, habe ich jetzt gar keinen Bezug dazu, kann ich euch gar nichts sagen. Ist das gut, ist das schlecht, was macht das sonst so? In irgendeinem Spiel habe ich es schon mal gesehen, auch die Weiterentwicklung, aber... Erster Eindruck ist bestimmt kein nützliches Pokémon. Schauen wir mal rein. Lichtfestival, Dienstag, der 7. November. Jetzt ist der 25.10. am 7. November, merkt ihr euch das, tragt es euch ein. 7. November, 10 Uhr bis Sonntag, den 12. November, 20 Uhr. Dienstag bis Sonntag, Lichtfestival, 7. bis 12. November, Pokémon-Debüt. Das Stromquappen-Pokémon-Blip und seine Entwicklung Wampitz erscheinen bald in Pokémon Go. Finde ich beide hässlich und weiß ich nicht. Also wenn ich die kriege, die werde ich direkt wieder verschicken. Habe ja eh keinen Platz. Event Boni, doppelter Schlüpf-Sternenstaub. Ist schon wieder Ostern, was machen die hier Schlüpf-Sachen rein? Doppelte Schlüpf-Bonbons und während des Events aktivierter Rauch hält doppelt so lang. Hm, das waren die Boni. Es gibt eine befristete Forschung. Während des Events wird eine befristete Forschung verfügbar sein. Bei dieser dreht sich alles um das Erkunden und Fangen von Pokémon. Pokémon schließt die Forschungsaufgaben ab, um ein Event-T-Shirt für euren Avatar zu erhalten und Event-Pokémon zu begegnen. Das T-Shirt finde ich jetzt ehrlich gesagt ziemlich langweilig, weil es sieht halt einfach noch nichts aus. Im Hintergrund noch Feuerwerk. Ja, da gab es aber schon spektakulärere Sachen, gerade beim Dia de Muertos. Warte, wie das heißt. Hier, da ist es. Tag der Toten-Festival. Da gab es richtig coole Sachen. Wilde Pokémon. Die folgenden Pokémon erscheinen häufiger. Pikachu, Wulpix, Bonita, Magnetilo, Voldo-Ball, Lampi, Woldi-Lamp, Schneck, Mag, Fritzl, Blitz und Lichtl. Können alle Shiny sein, mit etwas Glück auch Bubungus, Shiny und halt Blib. So, ihr müsst für Blib also nicht Raiden oder Brüden. Ihr könnt es in der Wildnis auch so fangen. Das ist ja erstmal schon mal was Gutes. Was ist jetzt aber nützlich? Also, Magnetilo würde ich euch empfehlen, weil Magnezone ein richtig starkes Pokémon ist. Woldi-Lam, wegen Ampharos, mit Mega-Entwicklung, Lichtl, Skellabra. Das haben wir jetzt beim Halloween-Event schon vermehrt gehabt, aber kann man immer gebrauchen. Skellabra, Armee, Feuer, Geist, nehmt da was mit. Sechs Stück auf 50 muss schon drin sein. Bubungus, ist eigentlich auch nix. Blib ist halt neu. Ich denke mal, wer jetzt hier sammelt, wie früher ich, Armee, immer mit männlich, weiblich, lucky, alles geholt, alles gemacht. Aber er wird ansonsten nicht so spektakulär sein. Hält sich in Grenzen? Magnetilo-Bonbons machen, noch ein paar Lichtl-Bonbons. Ja, wird wahrscheinlich mein Ziel sein. Eier. Die folgenden Pokémon schlüpfen aus sieben Kilometer Eiern. Außerdem ist eine höhere Chance auf ein schillerndes Exemplar als bei Bubungus. Bubungus aus Eiern ist erhöht als Shiny erhältlich. Aber gab es Bubungus bisher eigentlich schon als Shiny? Nein, oder? Bubungus gab es nochmal und jetzt, was machen, warum schreiben die denn das nicht bei Pokémon-Debüt oben hin? Bubungus als Shiny verfügbar, das allererste Mal. Oder ich habe einen kompletten Rad ab. Ach, hier steht es ja sogar. Mit etwas Glück können die in Pokémon Go zum ersten Mal schillernden Bubungus begegnen. Da steht es sogar dabei. Sieht immer noch pervers aus, dieser kleine Pilz, aber ja, aus Eiern also erhöht. In der Wildnis selten anzutreffen, nicht erhöht. Aber ihr könnt natürlich auch aus dem Rauch euch einen Pilz holen. Was ist da sonst noch drin? Elikid, Magby, Dedenne, Bubungus. Warum nicht gleich alle Babys? Was macht Dedenne da drin? Einfach so random. Und halt Bubungus. Ja, sieben Kilometer Eier finde ich immer doof. Weil ich immer abends immer Geschenke gemacht habe dann und da habe ich keinen Eierplatz frei. Wenn ich Eierplatz kriege und dreh, ist er direkt wieder weg. Und dann reiße ich nicht tagsüber irgendjemandem einfach ein Geschenk auf. Viele machen das, achten auch nicht auf die Level-Ups. Da gibt es immer Stress unter den Leuten, wie ich mitkriege. Gesteigerte Effektivität von Rauch. Die folgenden wilden Pokémon erscheinen häufiger, wenn ihr Rauch verwendet. Aluna, Kleinstein, Hisui, Voldobald, Schneckmark, Wolby, Delumise, Elizeber, Lichtleufeio, Dedenne, Bubungus und Blip. So. Was ist da dabei? Nix. Immer noch Lichtleufe. Also, ess jetzt nicht die Praline auf der Torte, ne. Pokémon bei Feldforschungen. Feldforschungsaufgaben rund um das Lichtfestival werden verfügbar sein. Für den Abschluss könnt ihr folgenden Pokémon hier begegnen. Flampion, Bubungus, Blip. Flampion ist auf jeden Fall krass. Flampion als Flampivian ist gefühlt der beste Feuerangreifer, den man haben kann. Sechster Team muss her. Gönnt euch Flampion aus. Feldforschungsaufgaben, wo es sowieso eigentlich recht gute IV dann haben könnte. Es gibt wieder Showcases mit Lichtle und Blip. Kann ich leider nicht mitmachen. Wie ich erfahren habe, immer mehr Leute werden von Showcases ausgeschlossen. Können nicht mehr mitmachen. Hm. Neues Avatar-Accessoire. Der folgende neue Artikel ist ab dem Beginn des Events und auch nach dem Event noch im Shop erhältlich. Und dann steht einfach nichts da. Wahrscheinlich das T-Shirt. Vielleicht eine Pose, vielleicht die Lampe da oben. Es wird wahrscheinlich für uns T-Shirt gehen. Eigentlich ist da immer dann eine Auflistung mit Sachen, die da sind. Aber irgendwie fehlt das hier gerade. Exklusive Boni für Trainer in Indien. Trainer in Indien können sich auf eine besondere Sammler-Herausforderung freuen, bei der Sternenstaub-EP und eine Begegnung mit Blip als Belohnung winken. Dabei könnt ihr beim Licht-Festival außerdem doppelt so viele Bonbons für das Fangen von Bogemon verdienen. Also, alle habt nach Indien, ich nicht. Ich bin da hier und da bleibe ich auch so. Weiterhin dürft ihr euch auf den Raid-Tag am 11. November freuen. Das Event geht also bis zum 12. bis Sonntag am 11. Am Samstag ist noch ein Raid-Day. Hey, wenn ihr wisst, was in dem Raid-Day drin ist, das müssen sie ja dann wahrscheinlich in 5 Minuten auch ankündigen, wenn ich fertig bin mit dem Video. Dann müssen wir wieder was Neues machen. So. Ja, nettes Event für zwischendurch. Nimmt man nebenbei mit, aber so richtig vom Sockel hauen das einen jetzt nicht. Bild sieht trotzdem schön aus. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Euer Ramses.